Die Leinwand im Heimkino. Was sind eigentlich ihre Hauptaufgaben und braucht man überhaupt eine Leinwand? Das zeigen wir jetzt in diesem Video. Ein Kino oder Heimkino besteht hauptsächlich aus drei Komponenten. Dem Projektor für die Erzeugung des eigentlichen Bildes, die Lautsprecher für den Ton und die Leinwand, die das Bild Richtung Zuschauer reflektiert. Doch gerade bei der Leinwand sagen sich viele Neueinsteiger, ach eine weiße Wand habe ich doch eh im Wohnzimmer, die Leinwand kann ich mir sparen. Doch führt das wirklich zur selben Bildqualität? Machen wir doch einfach mal den Vergleich. Einer der wichtigsten Aspekte der Bildqualität ist natürlich die Farbtreue. Im Idealfall verfälscht die Leinwand die Farben nicht, sondern reflektiert das Spektrum des Projektors eins zu eins zurück. Ja und bei einer Leinwand wird das relativ leicht realisiert. Eine gute Leinwand ist absolut rein weiß. Rein weiß bedeutet, alle Farben werden genauso zurückgeworfen, wie sie auftreffen. Ja, aber wie sieht es jetzt mit unserer weißen Wand aus? Die ist ja auch mit einer weißen Farbe in der Regel bestrichen, weißer Wandfarbe. Und wer jetzt denkt, weiß ist gleich weiß, der macht einen großen Fehler. Denn jeder kennt das vielleicht, hat sich schon mal ein Farbfächer organisiert im Baumarkt. Und da sieht man diese ganzen unterschiedlichen Weißtöne. Da gibt es rein weiß, verkehrsweiß, alt weiß, alpiner weiß, um eine Marke zu nennen und so weiter und so fort. Und all diese Töne, die man für daheim verwendet, die haben eigentlich eine Gemeinsamkeit. Die haben einen leichten Gelbstich. Warum? Man möchte es daheim ja ein bisschen wohnlicher haben und deshalb werden die etwas wärmer abgemischt, als ein richtiges, reines Weiß eigentlich wäre. Und für sich genommen sieht man das auch gar nicht so. Das sieht eigentlich jetzt sehr weiß aus. Aber wenn man das mal vergleicht mit dem wirklichen Weiß einer weißen Leinwand, dann sieht man dann doch schon einen deutlichen Unterschied zwischen dem richtigen Weiß und dem leicht gelblichen Weiß, was die Wandfarbe produziert. Für die Projektion hat das erhebliche Folgen. Die gesamte Farbdarstellung wird zu gelblich und zu rötlich. Besonders in Hautfarben sieht man, dass der Tarn nicht mehr natürlich wirkt. Ebenfalls sehr wichtig ist die Lichtausbeute. Das Bild, das wir projizieren, ist ja sehr groß. Und gerade unter Wohnzimmerbedingungen braucht man eigentlich jedes Quäntchen Licht, damit das Bild schön strahlend hell erscheint. Ja, und eigentlich ist das wieder sehr verwandt mit dem Farbthema. Denn die maximale Lichtausbeute wird bei einer guten Leinwand wieder dadurch erzeugt, dass sie wirklich rein weiß ist und wirklich das gesamte Spektrum eins zu eins reflektiert und nichts absorbiert. Wir haben eben in dem Beispiel der Farben schon gezeigt, dass das eher gelbliche Weiß der Wandfarbe natürlich nicht nur die Farben verändert, sondern auch ein Teil des Lichtes absorbiert und dadurch auch etwas dunkler erscheint. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und den Gelbstich, der durch die Wandfarbe entsteht, mit Hilfe des Bildmenüs reduziert, indem man einfach eine kühlere Farbtemperatur wählt, dann werden die Farben zwar tatsächlich besser, aber das Bild wird noch dunkler, weil der Projektor die anderen Farbpegel absenken muss. Bei der weißen Leinwand stellt sich das Problem nicht, weil diese ja die Farben gar nicht verfälscht. Das heißt, wir haben korrekte Farben bei einer sehr hohen Lichtausbeute. Bei der herkömmlichen Wandfarbe haben wir entweder einen Gelbstich mit reduzierter Lichtausbeute oder auch bessere Farben mit erheblich reduzierter Lichtausbeute. Der letzte Hauptaspekt der Bildqualität ist die Schärfe und Geometrie. Natürlich soll die Leinwand die Schärfe des Projektors absolut eins zu eins abbilden können und schon leichte Wellen erzeugen Verzerrungen im Bild, was gerade bei Kameraschwenks oder Feindetails dann sehr unangenehm auffällt. Deshalb sind gute Leinwände absolut plan und haben gegebenenfalls noch ein sogenanntes Tension-System, das den Randbereich ebenfalls absolut gerade zieht. Dadurch gibt es eine perfekte Geometrie und Detailwiedergabe. Für unsere Raumwand-Alternative heißt das, dass sie absolut planverputzt sein muss, was in der Praxis aber oft doch nicht der Fall ist. Leichte Wellen, die auf Tapete überhaupt nicht auffallen, werden bei Kameraschwenks im Bild dann deutlich sichtbar. Was aber noch viel gravierender ist, ist die klassische Raufasertapete, die viele daheim haben. Die Raufasertapete erzeugt ganz kleine, aber zahlreiche Hügel und diese verändern gerade im kleinen Bereich die Bildgeometrie und vermindern so die Bildschärfe erheblich. Unsere Beispiele haben gezeigt, der Teufel steckt im Detail. Natürlich reflektiert eine Wohnzimmerwand das Bild, aber die Farben, die Helligkeit und die Schärfe werden beeinflusst. Und wenn man so eine Wohnzimmerwand wirklich qualitativ auf Perfektion trimmen will, dann würde das bedeuten, dass man sie absolut glatt verputzen muss, sie nicht tapezieren darf und sie mit einem absolut reinen Weiß gestrichen werden muss, was man aber gerade im Wohnzimmer nicht haben will, weil es den warmen Look des Wohnzimmers nimmt und ihm mehr die Krankenhausatmosphäre verleiht. Da ist eine Leinwand, die es schon ab wenigen hundert Euro in sehr guter Qualität gibt, die bessere Alternative, denn neben der besseren Bildqualität liefert sie auch praktische Vorteile, wie zum Beispiel des Versteckens bei Nichtgebrauch, sodass hinter der Leinwand ein Bild oder Fernseher oder Möbel komplett versteckt werden können. Aber natürlich ist auch nicht jede Leinwand optimal. Hier gilt es, auf Qualität zu achten. Und damit man vor einem Fehlkauf bewahrt wird, sind alle Leinwände, die Heimkinoraum im Programm hat, in Farbreinheit, Helligkeit und Bildschärfe überprüft. Ja, und wer genau aufgepasst hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass die Leinwand, die wir hier in diesem Video verwenden, gar keine herkömmliche mattweiße Leinwand ist. Tatsächlich handelt es sich hierbei um die Königsklasse der Leinwände für Wohnzimmer, eine sogenannte kontraststeigernde Leinwand, der es gelingt, das ganze Streulicht und Fremdlicht, das wir hier auch bei den Dreharbeiten haben, weitgehend zu filtern und so den Projektionslook wie ein TV-Bild zu erhalten. Die richtige Leinwand zu finden ist also gar nicht so einfach. Und da empfiehlt es sich wie immer, am besten auf die eigenen Augen verlassen und deshalb einen Heimkinoraumstandort in der Nähe aufsuchen und alle Modelle vergleichen, eventuell auch mit der weißen Raufasertapete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017